Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Hi hi, da bin ich wieder. So, uns wurde vorgeschlagen jetzt in der neuen Rota, dass ich Esreal spiele und dass Santa Sion spielt. Das nehmen wir uns natürlich zu Herzen und machen wir es direkt. Ja, ich finde es sehr gut, Esreal zu spielen. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon 500 Games mit denen gespielt oder so. Umso schlimmer, wenn ich jetzt versage. Wir haben aber jetzt mal hier, ne, Mero Game. Oh ja, das... Auf der feinsten. Naja, nicht ganz, ne, es sind doch schon zwei anders. Zwei, yay. Ja, es kann doch sein, dass wir jetzt Sion und Esreal auch unten kriegen werden, ne. Das könnte gut möglich sein. So, und ich nehme mal deinen Tipp vom letzten Mal, ich trau mir jetzt mal Schuhe und Tränke. Ja, mach ich aber auch. So. Das Böse, aber mir hat 20 Gold übrig. Das ist ja doof. So. Ich habe erst mal... Wir gehen natürlich Botlane. Achso, jetzt habe ich gar nicht gesagt, wen wir noch spielen. Wir haben noch dabei einen Mordekaiser, einen Zillian und einen Master G. Und wir spielen gegen das Verliererteam aus, bestehend aus Katos, Esreal, Sion, Warwick und Mordekaiser. So. Da wir Pre-Mates sind, was sind denn bei denen die Pre-Mates? Kann man das erkennen? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, Sion und Esreal. Es ist Jungle bei denen. Oh ja, also zumindest hat er Smite mitgenommen. Das heißt auch nicht, dass er Jungle an geht. In diesem Low-Bee-Bereich, wo wir hier spielen können, muss es durchaus sein, dass er meint, oh, so kriege ich mehr Trickkills oder so. Aber dank Zillian müssten wir eigentlich schneller leveln können als die, ne? Hm, joa, aber ich weiß nicht, ob sich das so großartig zeigt. Vor allem der Zillian ist ja im Moment noch auf K, oder? Ja, ja gut, aber den Buff kriegen wir trotzdem. Ja. Noch ist er nicht da. Oh, ich will wissen, wer jetzt hier unten steht. Soll ich gucken gehen? Hm, mach. Wenn Zillian ist nicht auf K, ist, ist gerade da. Äh, keiner steht hier unten. Ja, die sind wahrscheinlich noch am, am, am Garten, denke ich mal, für Zillian. Das kann sein, dann sollten wir uns mal... Für Zillian, für Sion. Wo, wo fängt der denn an? Ich denke mal blau. Die kommen wahrscheinlich jetzt runter. Achso. Hier lang! Dann bleib ich mal hier stehen. Und, ähm... Ich werde erst, äh, dann anfangen zu last hätten, wenn ich meinen Enrage geskillt habe. Okay, Sreal ist schon mal hier unten. Ich mach mehr Schaden als er. Irgendwie. Er muss ja gegenseitig getroffen haben, aber trotzdem hab ich mehr Schaden gemacht. Oh, der Wobbik ist, äh... Hart angeschlagen. Oh, das macht nix. Ich hab mein Schild ready. Okay. Oh, hat der Hill dabei. Hat der Glück, ey. Das war schon mal ne erst reine Aktion. Ja, ne? Bin ich auch. Ach, ich will nicht auf die schießen. Geh weg. So, jetzt warten wir einfach, dass er nahe rankommt, oder so. Das wär's schon. Schießt wahrscheinlich gleich in den Busch rein. Ich hab's gerade mit den Last Hits. Oh, wie du nicht verfehlt hast. Schon wieder. Ja, aber echt, ey. Du schießt aber auch mal auf gut Glück da rein, oder? Der Sreal. Oh nein, jetzt hab ich versagt. Streiten wir uns hier um die Last Hits, ne? Wo ist denn der Wobbik? Hat der sich zurückgeportet, oder was? Ne, ich glaub, der ist wieder in den Jungle zurück. Jungle nicht zu zweit, oder wie? Weiß ich nicht. Schätze mal. Ach, nicht schießen. Hör doch auf jetzt hier. Okay, 2-2. Hast du mich da oben gemacht? Man weiß es nicht. Ach, einer von war in der Mitte, ne? Ja, ja. Jetzt sind wir eh schon vor den Tower. Jetzt können wir auch die restlichen Creepwelle hier pushen. Hm. Ja, Israel, was machst du denn, wenn der ganze Creepwelle vor mir steht? Ich mach's auch noch nicht so viel Schaden, aber jeder Schaden am Tower ist Schaden. Ja, jetzt lass mal die Creeps wieder zurückgehen. Ja, ja. Ja, die werden trotzdem gewinnen. Unsere Creeps. Ha, der Lastit versagt, hast du gesehen. Ne, ich achte da gar nicht drauf. Oh, da kommt was. Ich hab's da ready. Ja, dann hau ihn um. So geil mit Sion. Schade, dass er keinen Blau hatte. Ja, dann schade, dass du den Killing hast, das ist noch nicht ich. Ulti, ready, bei, bei Kartos. Okay. Aber wir sind ja beide voll, das ist ja egal. Hm. Lalalalalala. Schau mal auf, Auto hat's... Ja, ja, ist ja gut. Aua. Ja, jetzt ist eh schon zu spät. Ja, du hast vorhin mit deiner Bombe schon so viel angeschlagen, dass die sowieso nicht mehr pushen konnten, die Creeps. Greif mal wieder den Tower an, ist doch schön. Ah ja, da kommt die Ulti. Dürft uns nicht viel ausmachen. Ja, mir nicht. Ja, du hast ja ein Schild, aber... Ich hab ja noch zwei Heiltränke, also... Also... Gelehrt ist, Gelehrt! Das hast du aber Auto-Etteked. Ne, ich hab mein... ...Blaster-Tippe gemacht. ...Blaster-Tippe-Tippe-Tippe-Tippe-Tippe-Tippe. Du machst eh... Du pushst eh die ganze Zeit gegen den Tower. Ja, es kommt ja auch keiner von hinten von denen. Kein Problem. Ja gut, aber die Creep-Welle konnte eh nicht weitergehen, weil unsere Creeps waren eh im Vorteil. Was willst du machen? Du musst ja die ganze Zeit zugucken. Du hast vorhin die ganze Zeit unbewusst Auto-Tax gemacht. Nein, das kann man auch hinter dem Video sehen, hab ich nicht. Eine Wille vielleicht. Das war natürlich dann... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist schon mal gut. Oh, der ist verdammt verreckend. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder er ist souverän und macht alles platt. SS. Der braucht so neine Karte. S. Dieser Ezreal ist mutig. Ohne Mana. Soweit vorzukommen. Oh, der weiß, dass du oben bist, ne? Schau mal den Morde an. Der hat gar kein Leben. Der hatte gerade gar nichts. Der ist ein Morde. Er braucht kein Leben. Ja. Kommst du runter zum Stunnen? Ich komm von hinten. Gut, er rennt weg. Äh, ich weiß. Naja, egal. Jetzt autotackst du aber. Ja klar. Wir stehen ja auch vor unserem Tower. Also da werde ich auf jeden Fall autotracken. Ja und jetzt pushen unsere Creeps wieder. Ich fahr mal zurück, ne? Ich bin schon so lange hier auf der Ley. Ah, der Wobby kommt mal wieder. Ja, mit seinen Level 5. Ja. Ich kauf mir mal. Jetzt staub ich mal das so. Und noch einen Heildrang mitnehmen. Wer braucht denn eine Karte? Jetzt ist er aufgewandert Was will der denn? Nein, der Wobbeck hat mich ge-ultiht Die haben einen Ass gemacht gerade, sehr geil Keine Ahnung, wieso der Mordekaiser da hochgegangen ist Er sieht, dass ich keinen Mana habe und geht da hoch Kein Plan, was das für ein Scheiß sollte Bleib lieber unten, da können wir mehr reisen Der Tau ist wahrscheinlich gestorben Unser? Ach Ne, doch nicht Alles ist gut Jetzt wird's aber Zeit Wenn ich stun kann, kann ich ihn Ich müsste rankommen Ja, das ist gut Ich bin der Nache, besser für ein Fem Ich kann nichts machen. Ich hab drauf geschossen was ging, aber... Ich kann einen Demo, das war mein Fehler. Rage, die sind da. Ich dachte, der ist irgendwo an der Seite, wollte ich gerade sagen. Auf geht's! Ja, ich muss mal zurück. Auf geht's! Oben Tower Down, unten Tower Down... Das ist nicht gut. Dabei sahst du am Anfang gar nicht mal so schlecht aus für uns. Ja, aber die haben zwei Jungler, wir haben keinen. Ja, ja. Schon fertig! Egal. Kannst du ja alleine halten, ich versuche mal um den Mord zu killen. Ja, ich wollte mir eigentlich Schuhe kaufen. Vernünftiger. Die gehen jetzt eh nicht auf die Welle, die sind eh in der Mitte und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Oh, ich muss der Mitte aufzelfen. Ist nichts mit oben hingehen. Obwohl, vielleicht doch... Nein... Nein... Ah... Na gut. Na gut. Sion kommt zu dir. Ja, ich sehe es. Er rennt an mir vorbei. Doch nicht. Doch. Doch nicht. Ok. Es auf Sion kommt von oben. Und der Zillian soll aufpassen, weil sonst haut gleich Dings ihn wieder um mit seiner Ulti. Kein Mana, verdammt. Ich muss mal zurück. Ihr seid ja eh alle hier. Und ohne Mana kann ich genau nix machen. Wieso kann ich hier nicht klicken, woher ich wollte, verdammt. Warum geht der Morde denn da rein? Keine Ahnung. Der Morde ist... 3-5 Morde. Oh, ich sollte hier weg. Komm, ich bin Ezreal als Ulti und ich bin tot. Ich renne mal lieber zur Seite. Ich glaube, Sion kommt zu mir, aber das macht mir nichts. Ah, dabei ist Ezreal einer meiner Lieblingscharaktere, aber ne, so wird das natürlich nichts. Jawohl. Doch, jetzt wissen wir, was dein Ulti macht. Doch, jetzt wissen wir, was dein Ulti macht. Nein! Verdammt! Nein! Ich hätte in eine Richtung laufen sollen. Nein! 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 Ich bin großartig. Oder jetzt im Morde hat, äh, Morde hat zu viel Leid. Aber wieder keine Mana! Das Spielst du immer ohne Mana, ne? Mhh. Ich sage mal meine Ulti nach euch runter. Ja, ich pass für keinen Mana... Ich mach was schön... Schöne, Leri! Ja klar, das gibt's doch nicht Ja gut, das hat mit zwölf Ja Killt ihn jetzt wenigstens noch Nein, überlebt er noch, oder? Jetzt werden die auseinandergenommen Ja Ah, nee Das ist der Zieler Was macht der G? Der rett einfach mal rein Ja, du ja auch Ja, weil ich den G noch helfen wollte, ich bin halt so ein Depp Warum mach ich das auch? Sollen wir mal Ja drücken? Nö, ich hab auf Nein gedrückt Okay, dann bleiben wir bei unserem Nein So Ja, lauf hinter dem Ding hinterher Ja Der Mordecair hat viel mehr Leben als unser Ja, du mich auch ey Das war knapp, würd ich sagen Das war Ziel, Jan Ja Jawohl Was ist der eine S-R-E-L-E-L-E-L-E-L-E? Ja Ist der eine S-R-E-L echt zu weit weg gerannt? Das gibt's ja gar nicht Na gut So Ich muss mal eben kurz da durchrennen und alle platt macht und dann... Naja, hier und halt. Low, low wie Level auf AD. Jetzt hätte ich fast gekillt. Ich bin zwar selber fast eingestorben, aber... Klar überlebt er das noch. Ich krieg keinen Kill mehr. Ich bin der einzige im Spiel ohne Kill. Auch gut. Naja, dafür geben die anderen ja genug Kills ab. Ja. 2-10 Meister G. Ja. G halt. Ja. G halt, Zion halt. Jetzt nimmt er auch einfach abeinander. Keine Chance. Er ist schon so fett. Ja. Ah, doch Surrendern? Müsste wäre hier vorbei. Ja, geht schneller, wenn wir Surrendern. Dann ist die Videodatei kleiner. Ja, dann mach's. Surrendern. Schon lange nicht mehr gemacht. Ja, schon Ewigkeiten nicht mehr. Leider verloren, leider verloren. Leider verloren, ja. So, warten wir noch, dass es verloren noch da steht und dann drücken wir auf den Stopp und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Belle Uhr.